Hallo liebe Freunde von der Concert Every Day. Ihr seht es im Hintergrund, ich stehe hier vor dem Ruppert Festival, Rock'n'Pop am Tändchen in Weidastadt bei Darmstadt. Das ist das Festival vom Band Supporter Contest, den ihr ja im Frühjahr hier schon gucken konntet. Und der findet zwei Tage jetzt am neuen Termin im August statt. Für mich ist es das erste Mal, dass ich auch auf dem Festival bin. Leider bei etwas schlechten Wetter, es regnet. Aber ihr seht ja, es gibt ein cooles Line-Up. Ich gehe mal kurz ein bisschen weg. Heute Headliner Montreal und es sind auch einige bekannte Bands. Jetzt gleich kommt Club Erika, Acoustic Massacre hat schon gespielt. Und Juicy Roadkill kennt ihr vom Contest, Peter Screwjet, Big Pepper Bear, Block Helden haben gestern schon gespielt. Also ist einiges los. Wir werden gleich mal reingucken, mal schauen wie es vom Wetter ist, vielleicht ein paar Aufnahmen mal zeigen. Ansonsten schaut einfach mal, was vom Festival die Tage hier bei mir auf dem Kanal noch kommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.